Es gibt einen Fehler, denn viele Frauen machen im Umgang mit einem wertvollen Mann, den sie für sich gewinnen wollen, der häufig dazu führt, dass der Mann das Interesse verliert, anfängt sich zu distanzieren. Und dafür, dass die Frau sich den Kopf zerbricht, warum er sich dann distanziert, denn am Anfang war alles toll. Und danach ist etwas passiert, wo die Frau nicht mal bemerkt, dass sie diesen Fehler macht. Aber wenn das passiert, dann ist es häufig schon zu spät. Und dieser Fehler passiert in der Phase, wo alles toll ist, wo Männlein und Weiblein sich treffen, alles ist toll und alles läuft am Schnürchen. Diese Magie, diese Energie dieser Begegnung. Wir haben uns so lange nicht gesehen, wir müssen uns alles erzählen. Wir haben uns so viel zu sagen. Ja, das ist genau dieses Gefühl, wo vielleicht nach ein paar Dates, vielleicht schon beim ersten Date, vielleicht bei dem zehnten, das kommt nicht wirklich drauf an. Dieser Fehler passiert häufig genau Frauen, gerade Frauen, und sorgt dafür, dass der Mann anfängt, diese Distanz zu suchen, wenn das passiert. Warum es so ist, erkläre ich dir gleich. Und ich erkläre dir auch gleich, was du stattdessen tun solltest, damit dir diese Fehler nicht passiert. Häufig, wenn die Gefühle uns überrennen, sozusagen, bei dieser besonderen Begegnung, wollen wir ein Gefühl der Sicherheit in diesem Gefühl haben. Das bedeutet, es steht viel auf dem Spiel. Denn bevor die Frau den Mann mag, ist es ihr Jacke wie Hose, ob der Mann sie mag oder nicht. Es ist ihr egal. Ja gut, natürlich für ihr Ego ist es etwas besser, wenn der Mann sie mag. Aber es ist egal, ob er das thematisiert, ob er darüber spricht oder nicht. Es ist ihr wirklich egal. Doch, wenn die Frau anfängt, sich emotional an ihn zu binden, wenn die Frau anfängt, Gefühle für ihn zu entwickeln, ist sie in einer Position, wo es unsicher ist, ob diese Gefühle beantwortet werden. Und in dieser Position ist es hier wirklich, wirklich wichtig, dass diese Gefühle beantwortet werden. Das bedeutet, sie denkt, wenn der Mann mir sagt, wie wichtig ich für ihn bin, wie toll er mich findet, wie wichtig ihm diese Begegnung ist, wie schön er unsere Bindung findet und überhaupt, wie viel Potenzial er dort sieht. Sie geht davon aus, wenn er das sagt, dann bekommt sie ein Gefühl der Sicherheit, was ihr fehlt. Denn jetzt ist sie noch unsicher. Das bedeutet, wie könnte ich, ich bin eine Frau in dieser Situation, wie könnte ich den Mann dazu bringen, das zu thematisieren, seine Emotionen, die mir gefallen würden, zu thematisieren. Wie nur? Und als Antwort kommt unterbewusst folgendes ins Spiel. Ich selbst werde meine Gefühle thematisieren, dann, weil ich ja das Gefühl habe, ja, seine Augen leuchten, meine Augen leuchten. Ich habe ja ein Gefühl, dass, wenn ich darüber spreche, dass er das auch, dass er sofort darauf einsteigt. Genauso denke ich mir, wenn er darüber anfängt zu sprechen, dass ich sofort darauf einsteige, also muss es doch in die andere Richtung ebenfalls funktionieren. Und so thematisiert sie ihre Gefühle, in der Hoffnung, noch mehr Gefühle zu bekommen, dadurch, dass er auf diese Thematisierung einsteigt. Das bedeutet, ich erzähle ihm von meinen Gefühlen nichts als Ausdruck dieser Gefühle, sondern um noch mehr Gefühle zu bekommen. Ja, ich werde zu einem kleinen Gefühlsjunkie, der mehr will, noch mehr. Ja, noch mehr Gefühl von Sicherheit. Noch mehr vom Gefühl der Verliebtheit. Noch mehr von diesem Drive, der mich packt und mich nach links und nach rechts haut. Und danach sehnen sich Frauen, wenn sie über ihre Gefühle sprechen. Zum Beispiel ein Blick in die Augen, der etwas länger dauert als sozial gestattet. Ja, mit diesem Solche Aufatmungen kommen dann auf. Das ist meistens die Vorstufe dazu. So, ich thematisiere meine Gefühle durch den Blick in seine Augen. Durch diesen romantischen Blick, die ich irgendwo in Filmen gesehen habe, wo meistens noch irgendeine dusselige Musik spielt im Hintergrund. Dann kann ich sowas vorsichtig sagen wie, ich fühle mich so besonders an deiner Seite. Du bist so anders als die anderen. Andere Männer sind nicht ansatzweise so toll wie du. Oder Ähnliches. Weil sie denkt, dass sie dadurch den Mann dazu bringt, dass er das auch zu ihr sagt. Was mir noch mehr Gefühle geben könnte. Und diese Sache bringt den Mann dazu zu. Also zu erkennen, er spürt es. Er spürt, was wirklich in dem Prozess sich stattfindet. Und das ist ein Gefühl der fehlenden Erfülltheit. Er fühlt, dass du abhängig, dass du gierig bist nach mehr. Dass du ihm dazu bringen möchtest, dir dieses mehr zu geben. Was er dir nicht geben möchte, weil er ist ja erfüllt. Er hat diese Gefühle vielleicht. Aber er fühlt sich gezwungen, sich in dieses Spiel hineingezogen zu werden, indem er irgendwas sagen muss. Indem er jetzt in dieser peinlichen Pause irgendwie darauf reagieren muss. Zum Beispiel, wenn ich dich so lange nicht sehe, dann vermisse ich dich. Ja, ich habe dich schon vermisst. Wir haben uns erst gestern gesehen. Aber ich habe mich jetzt schon total vermisst. Ja, wenn ich das höre, dann denke ich, ich bin jetzt gezwungen, irgendwie zu antworten. Ja, vielleicht möchte ich nicht genau in dem Format antworten. Also, dieser innere Konflikt. Ja, also, ich weiß nicht, wie ich mich jetzt verhalten sollte in dieser komischen Situation. Er nimmt mir den Zauber für diese Frau und lässt mich sie verknüpfen mit diesem komischen Gefühl der peinlichen Bedrücktheit, die ich in diesem Moment spüre. Und je mehr es von diesen Dingen gibt, je mehr es von diesen Augenblicken gibt, wo ich mich so komisch herausgefordert fühle, jetzt irgendwas zu sagen, wonach mir nicht gerade ist, weil die Frau es wohl jetzt braucht, umso mehr verliere ich die Connection zu der Frau. Deswegen, der Fehler Nummer eins besteht nicht darin, Gefühle zu thematisieren. Wenn der Mann dich mag und du ihn und ihr ab und zu entspannt über eure Gefühle sprecht, wie toll sie sich anfühlen, dann ist es gar kein Problem. In weiteren Phasen der Kommunikation. Es ist also kein Fehler, Gefühle zu thematisieren. Es ist ein Fehler, in Gefühle zu indulgieren. Das bedeutet, süchtig nach ihnen zu werden und den Mann quasi herauszufordern, durch die Thematisierung der Gefühle, dir diese Unsicherheit zu nehmen oder dir noch mehr Gefühle zu geben. Diese Sucht, Gier nach Emotionen und der Mann verwandelt sich jetzt in eine Maschine, die dir Emotionen bringt. Das ist das, was die Anziehung zerstört. Das ist das, was die Frau dazu bringt, in die bedürftige Position hineinzulaufen. Eines dieser Dinge. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Und das ist etwas, was den Wert der Frau senkt in den Augen des Mannes. Das ist eine Handlung, die ihren Wert senkt, die du unbedingt vermeiden solltest. Was solltest du stattdessen tun? Wie kannst du diesen Fehler vermeiden? Nun, anstatt über solche Gefühle zu sprechen, anstatt sie zu provozieren, anstatt diese Situationen herauf zu beschwören, in denen wir schon wieder über unsere Gefühle sprechen könnten. Weil dann kommt von ihm etwas, was mir gefallen könnte. Stattdessen solltest du darüber sprechen, wie du dein Leben lebst und wie du deine Ziele realisierst. Schau mal, ich brauche deine Gefühle. Das ist die Message, die der Mann sowieso bekommt. Und wenn du anfängst, solche Sätze zu sagen, die ich dir gerade gesagt habe, er spürt es mit seinem Rückgrat und reagiert darauf. Ich habe es nicht nötig, sie hat es nötig, also ist unsere Positionierung wohl klar. Ich bin oben, sie ist unten. Das solltest du nicht machen. Wenn ihr beide oben seid, dann ist es toll. Wenn ihr auf Augenhöhe seid und er dir sagt, wie toll er dich findet und du ihm. Und das ist eine andere Ausgangsebene. Aber wenn er das noch nicht sagt, dann solltest du das nicht provozieren. Stattdessen solltest du darüber sprechen, wie du dein Leben lebst und wie du deine Bedürfnisse realisierst. Wie du dich selbst realisierst. Wie du deine Ziele erreichst. Was dich daran fasziniert, diese Erfolgserlebnisse zu spüren, die nicht mit ihm zu tun haben. Gib ihm ein Gefühl, dass du in deinem Leben Quellen an Lebensfreude hast und gib ihm ein Gefühl, dass du Resultate erzielst. Also wirklich Ziele erreichst. Das bedeutet, du kommunizierst ihm die Fähigkeit, Ziele zu setzen, diese zu erreichen und dadurch ein Gefühl der Erfülltheit zu empfangen. Das bedeutet, du kommunizierst ihm, dass du nicht abhängig wirst nach Emotionen. Das bedeutet, du kommunizierst ihm, dass du nicht Gefahr läufst, bedürftig zu werden. Das ist eine Message, die unter dem Radar stattfindet. Aber die stattfindet. Und der Mann fühlt, hey, sie ist interessant, sie ist besonders, ihre Fähigkeit, sich Ziele zu setzen und zählt zu erreichen, Erfülltheit dadurch zu erlangen, Befriedigung, durch die Befriedigung ihrer Bedürfnisse zu erlangen, die sie selbst realisiert. Das ist etwas, was in die erfüllte Ecke reingeht. Und neben dieser Frau möchte ich sein. Mit dieser Frau möchte ich zusammen sein. Das bringt einen Mann dazu, Interesse für dich zu bekommen und nicht irgendwelche Gefühlsdüseleien, die ihn eher auf Distanz bringen. Später, wie gesagt, es ist nicht schlimm, wenn du Gefühle hast. Nochmal, Gefühle sind toll. Genieße sie. Quatsche mit ihm über deine Ziele und über normale Dinge des Alltags mit ihm aus deinen Gefühlen heraus. Diese Gefühle kommen sowieso in Wellen. Mal sind sie da und mal nicht. Und das ist normal. Mach daraus keine Philosophie aus diesen Gefühlen. Denn sonst läufst du Gefahr, süchtig nach ihm zu werden, gierig nach ihm zu werden. Und diese Gier wird kein Mann befriedigen können. Deswegen mach von Anfang an klar, dass du nicht so eine bist. indem du nicht allzu viel über diese Gefühlssachen sprichst, die dich übermannen, weil du in der Situation, wo du das tust, wo er das noch nicht macht, tust du das sowieso nur, damit er das macht. Deswegen behalte es für dich und mach stattdessen lieber Dinge, die deinen Wert steigern. Das, was ich dir gerade beschrieben habe, das steigert deinen Wert in seinen Augen und die Thematisierung oder die Heraufbeschwörung von diesen komischen Situationen senkt deinen Wert. Das sind nur kleine Details aus einer richtigen und effektiven Kommunikation mit wertvollen Männern, mit einem Mann, der dir gefällt, mit dem du eine glückliche, stabile Beziehung aufbauen möchtest. Das ist eine ganze Kunst. Das ist keine Wissenschaft, das ist eine Kunst und deine Kunst ist etwas, was du praktizieren solltest, ist etwas, was du beherrschen solltest. Und wenn du diese Kunst beherrschst, dann macht das dir Spaß. Und wenn du möchtest, dass ich dich dabei begleite, diese Kunst zu erlernen, dass du sie wirklich von jetzt an realisieren kannst, dass du deine Beziehungen kunstvoll gestaltest und nicht so wie immer davor, wo es halt nicht funktioniert hat, dann bewirb dich gern zu meinem Coaching, wo ich dich persönlich dabei begleite, diese ganze Schritte zu erlernen, damit du von Anfang an mit dem Mann, der dir gefällt, richtig kommunizierst. Ja, sodass die Beziehung zwischen euch sich aufbaut, dass seine Anziehung immer größer wird. In der Beschreibung zu diesem Video findest du den Link zu einer kostenlosen Beratungssession, wo wir in Erfahrung bringen, in welcher Situation du bist und wie du am besten an dein Ziel kommst. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn du es nützlich fandest, Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und schau dir auch andere Videos aus meinem Kanal an, die sind wirklich spannend. Wir sehen uns, dein Sergei Lenz.